Erstmal, wie geht's dir? Ja, ich bin jetzt natürlich überglücklich, meinen neuen Vertrag unterschrieben zu haben beim FC Bayern, bei meinem Verein, muss man schon sagen. Was bedeutet es dir als Münchner, das Bayern-Trikot zu tragen? Für mich ist das alles. Ich glaube, seitdem ich denken kann, bin ich Bayern-Fan. Mein Vater hat das irgendwie zu mir gebracht und ich kann mich auch noch an höhere Spiele erinnern, wo ich im Stadion war. Es ist einfach für mich alles der größte Verein für mich auf der Welt. Wie hast du dich im letzten Jahr weiterentwickelt? Schon extrem. Ich habe schon viel dazugelernt. Ich glaube, es tat mir auch ganz gut, ein bisschen weg zu sein von zu Hause, von München, von dem Bekannten. Auch fußballerisch muss ich sagen, schon auch sehr viel dazugelernt. Es hilft natürlich auch, viele Spiele zu machen, vor allem als Verteidiger. Ich habe natürlich Selbstvertrauen gewonnen durch die vielen guten Spiele und auch durch die Ergebnisse. Deswegen glaube ich, werde ich ab jetzt auch noch mal ein besserer Spieler sein, wie ich davor war. Und was sind deine Ziele jetzt für die nächsten fünf Jahre? Mit Bayern München natürlich erst mal fünf Meisterschaften zu holen und so viele Titel wie möglich. Ich glaube, jeder Spieler, der bei Bayern ist, will möglichst viele Titel gewinnen. Und so ist es auch bei mir.